Ey, ich schließe das Alpum. Schau mal. So, mach mal. Schau mal, mach mal. Pops. Ist doch kein Fernsehen, das ist das Internet. Internet. Ich würde einfach mal sagen, erzähl mal so ein bisschen was. Wir sind jetzt hier 2019, ungefähr 20.10 Uhr am 14.03. Heute ist YouTube. Bei vielen ist der Arsch auch open. Was los ihr Lappen? Wer auch immer im Endeffekt für die Geiselnahme des heiligen Contents verantwortlich ist, hat ab jetzt 14 Tage Zeit die Geisel freizulassen. Sollte der Forderung nicht nachgekommen werden, folgt Vergeltung. Vielleicht hast du von mir gehört, aber die erzählen viel Scheiß, aber ich fick dich. Ich schwör auf meine Mutter, wenn du ein Mann bist, kommst du ganz alleine gegen mich wie Schlange. Vergeltung. Das... Du Spaß! Vergeltung. Ja, wie sich nicht mehr woolen, indem ich mich so rausgekriege. ,' Lobe durch jeden, Moamer 이상 wird hinunter.